Musik Ein fliegender Wechsel, der direkte Übergang zu Corinna Walter. Viele Weltklasseathletinnen in diesem Fitnessbereich kommen aus Deutschland. Hier wurde einst diese Lawine losgetreten. Das hat dann gute Proportionen bei den neunplatzierten des 10. Grand Prix im vergangenen Jahr. Sehr schmale Zeile, lange Beine. Musik Grünner Walter, sehr natürlich, sehr feminin, überzeugend. Musik